ein herz und ein hinweis kann ich die jetzt drehen laufen lassen muss alles kaputt sein ich sollte besser das zahnrad finden okay aber jetzt habe ich immerhin schon mal ein herzchen das könnte doch hierhin passen oder ein stoff herz ist mir einen schwan beschert den ich vielleicht hier draußen oft aufdrehen kann drauf drehen da ist es ja das zahnrad dann nichts wie rein und jetzt und da haben wir jetzt den secret code und ich denke mal das ist der spruch den ich bei dem spiel bei diesem buchstabenspiel eingeben muss tempus tantum nostrum est zeit tantum weiß ich nicht unser ist keine ahnung vielleicht zeit ist wertvoll oder voll oder okay jetzt gucken wir mal was wir machen müssen arrangiere die silben um quasi den den satz hier zu bilden und sie werden so gemischt wie die pfade sind das heißt 1 tempus tantum nostrum est das heißt ich muss das mal gucken hier 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 jetzt probieren wir mal ok woher weiß ich jetzt dass der so rumläuft und nicht so tempo ok der pusht das dann noch über das ist so ein bisschen wie dieses rätsel mit den tieren jetzt guck ich erst mal wo die tempus tempus tan ach die mischeln sich dann auch noch mal das ist ja noch mal fies na klar dass das nicht funktioniert auch ich dachte ich kann jetzt anhand der reihenfolge gucken man sieht ja diese rote linie die sagt dann wahrscheinlich wie das rutscht das heißt ich muss als allererstes temp ich mach das jetzt einfach mal ganz am anfang muss tempus stehen dann est woher muss denn est und dann rum und dann pus und dann aber das wird ja immer wieder gemischelt das ist ja voll fies und jetzt sehe ich auch die reihenfolge nicht mehr und jetzt fehlt ja nur noch ein nost ne es werden noch zwei kann tom weiß ich natürlich nicht welches zuerst doch das war jetzt mehr schwein als sonst was weil ich nicht mehr gesehen habe wie die linien davon laufen ach der schon wieder das war jetzt nicht wirklich verstanden vielleicht wenn ich es mir nachher nochmal anschaue also irgendwie sind jetzt da so zwei ähm unglückliche ein unglückliches Zwillingspaar oder Geschwisterpaar und äh ja das Böse hat die Kinder sind wohl Armut und Ignoranz die natürlich Liebe benötigen um geheilt zu werden oder damit ihnen damit sie äh neutralisiert werden können sozusagen und meine Mutter Fan war die das Freund der liebevollste die eine liebevolle Frau und ihr Geist könnte uns helfen call her forth with a never ending candle ignite it with the light of love then place it on her memorial and sprinkle her statue with stardust ach ja nichts leichter als das eine unendlich brennende Kerze soll ich entzünden mit dem Licht der Liebe und es auf ihrem Gedenkstein platzieren und dann brauche ich nur noch etwas Sternenstaub mit dem ich es bestreue nichts leichter als das das ist unglaublich ich kann Mutters Geist hervorrufen und sie will ähm Wond and Ignoranz ähm also quasi die beiden Kinder da vom Tor der Basilika entfernen ich brauche eine Kerze Sternenstaub ja finden wir natürlich ohne Probleme aber ich habe jetzt den Mond aber wenn ich hier nicht durchkomme dann hilft das alles nichts die Geist äh Kinder ah reden nur mit meiner Mutter hm habe ich irgendwas gefunden was ich hier jetzt brauchen kann was ist das denn das ah das Feuer der Liebe das Feuer der Liebe da fehlt noch die Kerze jetzt haben wir hier erstmal den Mond den setzen wir mal ein zack bumm ja ok ähm was haben wir denn da für Sachen es muss etwas sehr wertvolles in dieser Box sein ok was ist denn das hier eine Säge könnte ich damit hier dann nachher sägen jetzt haben wir erstmal Farben gefunden die wir hier hinten anordnen könnten oh muss ich jetzt was malen zum Beispiel das grün ah ich muss äh tauschen wahrscheinlich bis die Farben stimmen ok das der Himmel ist blau die ähm was stimmt noch nicht äh das könnte so rum die neverending Kerze dann hängen wir die doch mal hier oder stellen sie hier in den Kerzenständer oh oh und Feuer der Liebe und jetzt brauche ich noch Sternenstaub nicht leichter ist das Sternenstaub und da dieses hier zerbrochen ist kann ich da noch nicht viel machen ein Sägeblatt oder sowas fehlt mir da hier fehlt mir ein Glas dann haben wir noch ein Mug kann ich hier noch irgendwie Wasser holen ja kann ich das Wasser heiß machen und dann könnte ich ja hier was abschmelzen und den Griff nehmen den Griff hier dran packen aufmachen oh Sternenstaub wer hätte es gedacht so einfach also irgendwie hatte ich letztes Jahr die Rätsel etwas schwieriger in Erinnerung da bin ich öfter mal auf dem Schlauch gestanden sie ist sehr stolz auf mich und wird mir helfen ich packe sie einfach mal ein da ok so einfach oh nein der böse Scrooge hat den Ritter wiederbelebt und er bewacht den Sand der Zeit da war gerade Pinguin ach und hier sind ja unsere Kätzchen unsere altbekannten jetzt warte ich noch schnell auf den Pinguin da und da na komm vier Stück noch ja das sind unsere altbekannten Kätzchen aber der wird da nichts machen nein guck mal auf die andere Seite der Schild irgendwie machen die noch nichts was haben wir denn noch Uhrzeiten hm hier können wir ja gar nichts machen ich habe ja auch nichts bekommen ich habe jetzt nur aufgemacht hm ich kann da ja auch nichts nehmen das ist alles erstarrt das sind die berühmten Kampfkatzen oder Kriegerkatzen aber einer fehlt der Helm ok hier fehlt der Helm und hier ich erinnere mich du bist einer der berühmten Warrior Kätz aber brauchst du nicht eine Brille ja Brille habe ich aber da fehlt noch ein Glas und da sind ganz viele Sandohren eingefroren was mache ich jetzt damit es gibt keine Möglichkeit da hinauf zu klettern das können vielleicht nachher die Katzen machen aber hier gibt es ja nichts was mich jetzt erst mal weiterbringt da hinten noch da da ist der Helm eingesperrt immerhin kann ich schon mal die Brille reparieren das ist schon mal was dann könnte ich die warte die Brille war hier so aha hallo ihr zwei jetzt hat es wieder einen vollen Durchblick doch doch was hat er noch ein Seil also das war es wohl erst mal bei denen und hier fehlt jetzt noch der Helm und irgendein Zahnrad gibt es auch noch oder eine Hundescheibe ah ich sehe schon da fehlt jetzt noch ein der Zacken den das Wildschwein im Maul hat aber was gebe ich dem Wildschwein oder was mache ich mit dem Wildschwein ach das ist die Säge das ist ja ein witziges Teil kann ich jetzt mit der Säge hier sägen ok dann habe ich Holz und kann ich das Holz irgendwie zusammenbinden nein jetzt müsste ich ja dem hier noch das Horn abnehmen irgendwie ja 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 der mag das nicht so gern was habe ich denn noch für Möglichkeiten und das hier ist weg das ist auch weg das auch da dem könnte ich noch irgendwas in die Hand geben vielleicht ein Hut ok den Hut möchte er gern haben und da war ja ein Hut hier oben mit einem Pfeil könnte ich das runterschießen aber da brauchte ich bräuchte ich hier quasi die Katze dafür ja 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 ja